Zwei FPS Gar nicht einen anderen Skin nimm Boah, ich krieg so eine Nachschaffin hier Ja, das hat eben viel länger gedauert Äh, warte mal Boah, warum hab ich schwarze Balken da drin? Hä? Warum hab ich schwarze Balken? Warum hab ich schwarze Balken? Warte mal kurz Video Jetzt hab ich doch, Digga, Spielaufnahme Hä? Ich hab noch 128x720 Digga, was dauert das denn so lange an meiner Kamera? Warum hab ich einen Balken da drin? Die Balken So, im Studio hab ich rechts und links Balken Aber nur auf Twitch Dann hab ich einen Balken da drin Boah, das macht richtig aggressiv Twitch-Schuh und so scheiße Feierst du so Geht Ich mag den, äh, geht Wunder das ist lustig, Digga Findest du? Das ist ein Hurenso und zwar, aber, Digga Der ist für der Pro Warum bläst du dem keinen? Hä? Warum bläst du dem keinen? Warum du dem keinen bläst? Du hast ihn auch schon eingelutscht Du hast ihn auch schon eingelutscht und der ist schon gekommen Ich glaub nicht, dass er so Bock hat Warum kannst du nicht... Ich hab den Arsch gefickt letzte Woche Digga Boah, man will doch nur spielen, Allah Boah, es spielen Millionen Leute Fortnite Wie kann das sein, dass wir keine 5 bieten Warte mal Ey Digga Ey, boah Schade, dass wir keine Party machen können Dann hätten wir Solo gespielt Warum redest du die ganze Zeit, du Opfer? In gar keinem Warum hab ich ein schwarzer Rinder, Digga Ich bin nah warst du schon wieder, Mann Mit dir, Junge, mit dir Buuuuuh Ey, wär voll chillig, wenn wir Party machen könnten und Solo Solo würden wir safe, runter Ups Aber warum wiederholst du dich? Das hast du grad vor 3 Sekunden auch schon gesagt Achso, ich dachte, ich hab das noch nicht gesagt Ey, Rambos online, Walla Das ist der Bruder Oder dich? Warum ist der um diese Uhrzeit online gegangen, Digga Wo ist der denn online? Walla, der ist im Kreativmodus Der ist nicht online, du Idiot Walla, bei mir wird das angezeigt, dass der online ist Walla, bei mir wird das angezeigt, dass der online ist Bei mir ist der offline Ja, der ist safe online, bei mir ist der online Latte mal ein, Latte mal ein Wollen wir dir mal beitreten und gucken, ob das das ist? Wollen wir dir mal beitreten? Das ist der nicht Der ist das safe nicht Das ist ein kleiner Bruder, der genießt jede Sekunde Ey, nein Rambos Nein Das ist der safe Wie viele sind da im Kreativmodus? Drei Ne, dann ist er das nicht Digga Ja, ich wollte schon sagen Aber warum zeigt der bei mir nicht online an? Bei dem Walla, bei mir steht Kreativmodus Drei Leute, drei von sechzehn Leute Gruppe Beitritt Warum an dem Bruder flame? Hä? Naja, ich würde dir jetzt gerne mal lieber eine Arenarunde Ein paar Minuspunkte holen Ja, das wird nichts Oh mein Gott, wie lustig das grad war, Digga Ich frage mich, warum ich Ränder habe, Digga Also, das fackt voll ab Was das? Nerv nicht Anders Boah, man kann sagen, man kann jetzt sagen, morgen Oxt, Digga Das ist voll geiles Gefühl Wie viele haben wir? 6.30 Uhr Voll viel Zeit noch zum Zockern Ja, Digga Digga, wie pennen Ich lass beide Lass doch vorne lang zucken, Digga Jo Das Ding ist Wollen wir morgen zu Melek? Wir sind kurz nerven Jo Aber, äh Wie kommst du hin? Lass dich abholen? Hä? Was? Ach stimmt, du hast ja, ach du hast ja Auto War vergessen Ja Boah Boah, das nervt grad an das Boah, das nervt grad an Mal gucken, Tifu, ob der gestorben ist, da unten ganz langsam Wartest du mal, warte mal Tifu Was ist ein Name, ne? Wie kommt man auf sowas? ist er gestorben der ist noch nicht gestorben aber ist jetzt gleich tot der rennt auch und weg wurde auch scheiß runden wo der motor ist gelasert der idiot so schüler das geld an pc kann sich die hohe ist sie können dies das kann sehen bei porno gucken kann auch zwei bildschirme haben und rechts irgendwas laufen lassen also ich ich mache manche mal so youtube-videos an was mache ich auch die youtube-videos an der ist gestorben der arme jetzt muss er wieder vier punkte bezahlen der will sich die dumme angucken sonderschüler weil ich wusste wir müssen sehr lange warten was wir denn jetzt gucken was will er denn gucken der grundschritte die demnach mit zu geben man wer die für die 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 ich auch nicht Schlecht Make it better Make it better Ey du sonder Schüler Ich bin anders hier Theoretisch könnte man Boah Digga Anders Schüler Wollen wir Tankstelle landen Nein nein das ist da Ich mach 8 kills Ich lande unten Nein das beide da landen wieder Oder nicht Wo schon 8 Leute gelandet sind Spaß tschüss tschüss Boah ich hab Pump Doch nur ne Episode Nein Nein Oh mein Gott Digga Wenn du Alu holst Nein Oh mein Gott Weißt du Ja Warum ist er schon da? Egal zwei Kills, das heißt zwei weniger Punkte, oh ne, Digga, jetzt können wir sehr lange warten, ey, wir sind mit den selben Leuten von letzter Runde hier in der Gruppe, warum, Wall of Koran, ich hab gerade unten links den Namen gelesen, die TTV Meister, der mich geholt hat, der letzte, oh, seinen Namen gerade gelesen, Digga, was soll ich da machen, Digga, oh ne, Digga, warum, ich könnte pumpen, gut, okay, okay boy Also ganz selber mit diesen Schreiber, die sind alle irgendwie Kaufrauben. Was sehen wir jetzt mal ausgemacht mit dem Blog?